ein neuer tag willkommen zurück zu kontraband police weiter geht's der nächste bitte ein schmuggler der übrig bleibt bin gespannt was passiert stoßstange halt warte aussteigen 26 kommt aus kackers damen ich meine der fehlt noch stoßstange ein platten kann ich die lichter auch noch überprüfen fangen wir mal an ein platten zwei platte und stoßstange darf sowieso nicht einreisen nudge 4856 4856 4856 cfn ist richtig aber leider sind die täglichen bestimmungen ganz klar so nicht freundchen ich weiß nicht ob er hinten auch eine stoßstange hat eigentlich er hat hinten eine stoßstange fehlt also beide leer 580 voll 990 richtig fahrzeugtyp richtig das ist richtig aber das ist falsch und das bedeutet du musst gehen du hast abge abgesondert abgesondert ach da mal ist knapp und nein nein bestimmungen sind nur noch klar ne jo ach werden jetzt deswegen überhaupt noch abgelehnt drei technische menge genau aussteigen perfekt jo das brauchten wir auch aussteigen kagastam ne was ist das denn kentucky fried chicken ah kagastam so dann gucken wir mal mein freund wir können jetzt mal generell alles machen das ist schon mal falsch foto passt nun mal falsch das ist falsch das ist falsch jo das wird ja jetzt ein ziemliches fest so wo haben wir denn die illegale ware sicher dass das der nicht ist das ist Ein Gasherz, korrekt. Drei Salzsäcke, korrekt. 13 Düngemittel, korrekt. Medikamenten 2, korrekt. Kühlschränke 2, korrekt. Ölfässer 3, korrekt. Er schwugelt anscheinend nichts, aber er ist aus Kackastam. Müssen wir gut gucken. Nicht, dass sie uns versuchen hier... Aha! Ich wusste es! Alter, krass, aber hinten ist alles frei. War's, das war's wahrscheinlich. Egal, ist festgenommen. Und tschüss. Mein Gott, wie viele Leute hier sitzen. Ad Maduro. Großartig, ja, ja. Irgendwas hat gefehlt. Aussteigen. Nichter sind da, Scheiben sind okay. Zwei Rücklichter kaputt. Ein Spiegel fehlt. Er darf nicht einreisen. Tut mir leid, mein Freund. Schon wieder Foto falsch. Er sieht auch nicht so aus, als wenn er das wäre. Äh, okay. Hier steht zweimal Kohle. Kann ich das bitte rausfinden. Kann ich das bitte rausfinden? Das ist auch falsch. Asam 72. Also am 72. Auch falsch. Und 4240 ist auch... Dort ist der... Nein. Oh, Karosserie kaputt. Beide. Das ist richtig. Leergewicht. muss sein. Oh, das ist jetzt schwer. Wie kriegen wir das überhaupt raus? Ja, ist schwer. Keine Ahnung. Ah. Und. Tschüss. Hau ab, du Lappen. Raus aus meinem Land. Gib Knallgas. Oh. Ach. Ach. ано. Los. 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 Aussteigen. Bla 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 bla. Barak Schwalli. Oh, perfekt sogar. Hm. Bla bla bla. Ja. Blablabla, Mr. Freeman. Guck mal, hast du Kinderkloß jetzt wieder hier? Okay, fangen wir erstmal damit an. OXR 2417 GW Warum nicht vergleichen? Juni, Dezember, Mai. Und wir haben den 1. Mai. Äh, 81. Okay, 3 Toiletten, 3 Gepäck. Gepäck ist schon mal, ähm, Kinderkloß hier. Für Mini-Ärsche. Kann es sein, dass noch ein Gepäck irgendwo anders ist? Nein. Nein. Okay, Frachtbrief. Incorrect. Stoßstange da. Ich hab drauf gefurzt. Ah, da? Arosko, Varyshu. Zurück damit. Tut mir leid, mein Freund. Aber leider darfst du nicht rein. Äh, doch. Ne, der Frachtbrief ist falsch. Also. Toilette 3. Es sei denn, ich hab irgendwas übersehen, aber... Wir werden 10. Ja, du bist ein Fehler. Ach, scheiße. Er war gar nicht sauber. Anscheinend war er vielleicht doch irgendwo Gepäck. Eine Kuh. Aussteigen, bitte. Sieht alles sauber aus. Eine Kuh. Juli 81, 28. Mai, Akaristan, Akaristan. Dann, äh, Autogardzug. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Leergewicht ist korrekt. Leergewicht ist korrekt. Das war's schon wieder. Das werden weniger Autos. Wir werden jetzt schon ziemlich arm hier. Dokumente in Ordnung. Und ein Knast, die. Komm, einen machen wir noch. Das schaffen wir jetzt. Wir waren ja echt schnell. Aber wir leben jetzt echt am, am Limit, ne? Dringendes Eingreifen erfordert. Du wirst dich in die Aufgabe stellen. Okay. Äh, seid dort, bevor die Zeit abläuft. Okay. Friedhof. Einfach nur links halten und dann, okay. Und los geht's. Die Zeitstation, was soll denn eigentlich, dass wir mal mit den Zeit ablaufen? So. So. Knallt aber nicht sehr laut. Die Leiche verschwindet. Ist ja ärgerlich. Boah, ne Schrotflinte. Bestimmt ein Grab oder so. Ne, wir suchen jetzt erstmal die Häuschen. Drei Spurgel waren. Also. Äh. Ja. Ich hoffe, jetzt überall drin. Ich finde ja noch nicht mal eine. Ich finde ja noch nicht mal eine. Meine Güte. Ach, hier immer noch mit der Schippe? Ja. Und? Eins. Ob das bei allen so ist. Da. Ich glaube ich muss auf irgendwas wechseln was sich für mich mehr lohnt. Wie gesagt Schrotflinte oder bei der Pistole einfach bleiben. Der springt das hört sich an als wenn ich mache. Na toll, das ruft jetzt zu unserer Schippe Jetzt habe ich doch gar keine mehr Und jetzt, muss ich eine kaufen gehen? Weil es steht auch, es liegt doch keine, ne? Irgendwie beim Eingang Jetzt gucken wir erstmal, wo die letzte sein soll So, da ist nichts drin Da waren wir Was ist das für eine Quest? Ah, hier, okay Gucken wir, ob wir irgendwas haben, was das kann Okay, dann müssen wir kurz zu Vlad Ich meine, die Untersuchungen bauen wir dann auch nicht mehr Wir haben so viel Zeug Gut, dann Kurz zum Fahrzeugtyp Äh, Werkzeugtyp, Entschuldigung Pass auf, da geht die Quest bestimmt fehl Da Verstehe ich nicht Aber Aber Jetzt kann ich es doch nicht mehr schaffen Verstehe ich nicht Weil ich sehe auch keine Schaufel hier irgendwo stehen Oder so Tja, aber woher sollte ich das denn jetzt wissen? Woher sollte ich denn wissen, dass Ich hier die Schaufel brauche Und dann hätte ich gedacht Die Schaufel ist stark genug Nee, hier ist nichts mehr Ich hätte vielleicht gedacht Hier findet man noch eine Schaufel Das ist ja seltsam Ich guck mal gerade e Ganze Ich guck mal gleich Okay, es ist ein Bug oder eine Fehlkonstruktion. Viele Leute schreiben dem das gleiche Problem. Aber viele schreiben, man soll ein komplettes Set an Werkzeug im Auto lassen. Ne, schade, schaffen wir nicht. Sehr ärgerlich. Guck mal, 100. Und wir haben super viel Werkzeuge sowieso jetzt verloren. Ich glaube, da würde ich den Tag eher nochmal neu beginnen. Warte, kann ich das nicht auch? Oh, ne, das ist der helle Tag, nicht die Nacht. Oh, das ist ja scheiße. Gut, Leute, dann muss ich das jetzt nochmal neu spielen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Schmuggelwaage habe. Das wäre aber echt ärgerlich. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge haut rein. Schmuggel, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020